Kaum ein Thema wird in diesen Tagen heißer diskutiert als das Thema Impfen. Auch wir haben hier schon häufiger Videos zu gemacht und in diesem Zusammenhang habe ich euch erklärt, dass es keine Impfpflicht in Deutschland gibt. Auf eines meiner Videos schickt aber ein YouTube-Follower folgenden Brief, den er von seinem Arbeitgeber bekommen hat. Das ist die Diakonische Gesellschaft Wohnen und Pflege. Den möchte ich euch vorlesen und nachher rechtlich darauf eingehen, weil es eben genau mit diesem heiß umstrittenen Thema Impfpflicht zu tun hat. Dieses Pflegeheim, Alten- und Pflegeheim, schreibt unserem YouTube-Zuschauer als Mitarbeiter dieses Pflegeheims, liebe Mitarbeiter, in Kürze werden die Impfungen gegen eine Infektion mit dem Coronavirus anlaufen. Sie erhalten zwei Impfungen im Abstand von 28 Tagen und bauen dann über 90-prozentigen Schutz auf. Die Impfungen werden in der Clues erfolgen, also in dem Altenheim, Pflegeheim. Wann genau das sein wird, kann ich noch nicht mitteilen. Mit dieser Information erhalten Sie ein Aufklärungsblatt und eine Einverständniserklärung. Die Einverständniserklärung ist zu unterschreiben, zurückzugeben. Bei Fragen können Sie sich an mich wenden. Jetzt kommt sozusagen der Part, der viele betrifft. In den letzten Tagen oder wo viele Angst haben, sind Meldungen durch die Presse gegangen, die von Unverträglichkeiten sprechen. Manchmal wird den Menschen von einer Impfung abgeraten, die zum Beispiel an Allergien oder Krebs leiden. Jetzt sagt der Chef dieses Alten- und Pflegeheims, Ich denke, es ist immer eine Frage der Ausprägung, der Vorerkrankung und der Allergien. Es sollte ja gerade alte und anfällige Menschen vor einer Infektion geschützt werden. Von daher sind diese Ratschläge für mich nicht immer nachvollziehbar und noch weniger anschaulich, weniger schlüssig. Die Impfung ist freiwillig. So, das jetzt erstmal vorab. Dennoch teile ich Ihnen mit, und jetzt wird es interessant, dass der Arbeitgeber grundsätzlich das Recht hat, Mitarbeiter, die sich der Impfung verweigern, vom Dienst freizustellen. In diesem Fall wird keine weitere Vergütung gezahlt. Das betrifft auch die Sozialversicherung. Es geht dabei wesentlich auch um Schutz anderer. Denn je mehr Menschen sich beteiligen, umso schneller wird die Pandemie beendet werden. Alternativ bleibt dann nur im jetzigen Zustand auf Dauer zu verweilen. Sollte die Impfung aus medizinischen Gründen abgelehnt werden, erbitten wir ein Attest. Der Impfarzt wird Sie auch noch einmal aufklären mit freundlichen Grüßen. Ja, also genau das hat jetzt ein YouTube-Zuschauer von uns bekommen. Und er stellt sich jetzt die Frage, kann das wirklich sein? Kann ich vom Dienst freigestellt werden, vom Alten- und Pflegeheim, wenn ich mich nicht impfen lasse? Und was es für ein Weisungsrecht des Arbeitgebers gibt, was er euch aufdrücken kann, was er euch nicht aufdrücken kann, gerade mit Covid-19, aber euch zu solchen Tests zwingen kann. Das hat auch einer unserer Discord-User gefragt, nämlich der Linux Max. Und diese Frage von Linux Max zusammen mit der Anfrage, die wir jetzt auch noch über YouTube bekommen haben, war ohnehin die meistgestellte Frage auf dem Discord-Channel. Ihr habt dafür gevotet, deswegen beantworte ich sie jetzt. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke. Und wenn ihr euch für rechtliche Themen interessiert, gerade auch rund um Corona, da begleiten wir euch ja schon seit einigen Monaten, dann lasst gern ein Abo für diesen Kanal da. Und bevor ich gleich auf die Fragestellung eingehe, ob euch der Arbeitgeber verpflichten kann, sich impfen zu lassen, das, was ich im Intro erwähnt habe, aber was einem der YouTube-Follower dieses Kanals tatsächlich so passiert ist, will ich erstmal auf die wesentlich niedrigeren Möglichkeiten des Arbeitgebers eingehen und die Fragestellung klären, darf der Arbeitgeber euch beobachten, dass ihr die Abstandsregeln einhaltet, darf er euch zu PCR-Tests zwingen und, und, und. Schauen wir uns das Stück für Stück an. Derjenige, der der Erste war, der seine Mitarbeiter im größeren Stil schon im April 2020 überwachen wollte, war Amazon-Chef Jeff Bezos. Er hat gesagt, dass er seine Mitarbeiter mit 31.000 Thermometern ausstatten will und 1.115 Wärmebildkameras angeschafft hat. So wollte er die Körpertemperatur seiner Mitarbeiter jederzeit und ständig als Indikator für eine Infektion mit dem Coronavirus überwachen können. Außerdem wurden die vorhandenen Sicherheits- und Überwachungskameras eingesetzt, um zu berechnen, ob der von Jeff Bezos angesetzte Sicherheitsabstand von 2 Metern jederzeit eingehalten werden kann. Dabei war es so, dass die Videoüberwachung, das war eine offene Videoüberwachung bei Amazon auch in Deutschland, so eingesetzt werden sollte, dass man die Mitarbeiter, dass man so ein Kästchen um die Mitarbeiter zieht, dass das Video dann misst, wie viel Platz ist dort zwischen den Mitarbeitern entsprechend noch gelassen worden. Und der Amazon-Betriebsrat in Rheinberg, der wurde da nicht ordentlich mit einbezogen in diese Mitarbeiterüberwachung. Unter anderem geht es darum, dass Daten an die Server von Amazon USA übertragen werden. Und insofern hat das Arbeitsgericht in Wesel hier am Niederrhein jetzt Amazon diese Art an Überwachung in einem Eilverfahren untersagt. Insbesondere ging es darum, das war schon wieder eine spezielle Sache hier, dass Daten der Mitarbeiter im Ausland gespeichert werden und dass dann der Betriebsrat auf jeden Fall gefragt werden muss. Das heißt, da musste man gar nicht näher auf die Art der Überwachung eingehen, sondern konnte sagen, schon wegen der Auslandsübertragung der Daten musste der Betriebsrat eingezogen werden. Aber generell hat Amazon ja schon gar nicht so schlecht gedacht, denn es gibt auch seitens des Arbeitgebers eine Fürsorgepflicht für seine Mitarbeiter. Selbst wenn ihr jetzt keine Lust habt auf diese Überwachungsmaßnahmen, kann man aber schon argumentieren, dass aus der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers für die anderen Mitarbeiter sich eventuell schon die Pflicht für den Arbeitgeber ergeben könnte, euch zu überwachen. Sofern, dabei kommen wir gleich darauf hin, es keine milderen Mittel gibt. Das ist immer so, wenn Persönlichkeitsrechte der Mitarbeiter eingeschränkt werden und das zugunsten der Gesundheit der anderen Mitarbeiter muss man immer abwägen, gibt es vielleicht noch was Milderes und da wollen wir gleich mal drauf zu sprechen kommen. Letztlich ist es so, dass die Schutzmaßnahmen erstmal im Betrieb sich orientieren an der vom Bundesministerium für Gesundheit im April 2020 erlassenen SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandardregel, die seit August zusätzlich eine SARS-CoV-Arbeitsschutzregel ist, die konkretisiert das, was im April da schon mal gesagt worden ist. Also es gibt solche SARS-CoV-Arbeitsschutzregeln, an denen wird sich jeder Arbeitgeber erst einmal orientieren müssen. Da steht drin, Maskenpflicht am Arbeitsplatz, insbesondere dann, wenn die 1,50 nicht eingehalten werden können. Zweitens, regelmäßig sollen die Mitarbeiter angehalten werden, sich die Hände zu waschen. Drittens, es soll überall, wo es nur irgendwie möglich ist, Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen. Viertens, wenn ein Mitarbeiter Symptome hat auf CoV-2 oder auf eine Infektion, Corona-Infektion, dann soll er angehalten werden, sich sofort krankschreiben zu lassen. Und das muss der Arbeitgeber auch überall verbreiten. Also insofern, das erstmal seine Pflichten, um andere Mitarbeiter und möglicherweise auch die Kunden zu schützen. Und er hat diesbezüglich eben ein sogenanntes Direktionsrecht. Dieses Direktionsrecht leitet man her aus § 106 der Gewerbeordnung. Und das Direktionsrecht endet dann dort, wo die Verhältnismäßigkeitsgrundsätze überschritten sind. Also, wenn man sagt, hier sitzt jemand in einem Einzelbüro, dann muss man den natürlich nicht überwachen mit Abstandsregelungen. Selbst wenn da mal ab und an jemand herkommt und mal Hallo sagt in dem Büro, würde ich sagen, ist eine Videoüberwachung in einem Einzelbüro unzulässig, wenn man das damit argumentieren will, der könnte aber sich anstecken mit Corona. Also insofern, da wird man sehr genau hinschauen müssen. Amazon selbst sagt, ja, wir haben ja hier das Recht auf körperliche Unversehrtheit aller anderen Mitarbeiter. Aber da muss man sagen, kann jemand, der da ganz alleine am Fließband arbeitet, wo kaum verpflichtet werden, laufend irgendwelche PCR-Tests zu machen. Anders sieht es wiederum aus bei Mitarbeitern einer Fernsehproduktion, die wiederum mit vielleicht anderen Menschen in Kontakt kommen. Da kann man schon sagen, oder weiß ich es auch von manchen, die bei Fernsehproduktionen arbeiten, dass sie bis zu zwei, dreimal am Tag getestet werden mit diesem Corona-Schnelltest. Das kann da durchaus angemessen sein. Also man muss im Einzelfall darauf abstellen, in welcher konkreten Situation befindet sich der jeweilige Mitarbeiter. Kann er andere infizieren, Kunden beispielsweise, kann er seine Kollegen infizieren. Und dann können im Rahmen des Direktionsrechts des Arbeitgebers auch PCR-Tests angemessen sein. Insbesondere dann, wenn man Kontakt zu Infizierten hätte. Da kommen wir jetzt gleich drauf zu. Oder mit einer zu schützenden Gruppe. Alleine diese Körpertemperaturmessung wird es wahrscheinlich nicht sein. Da hat man mittlerweile ja festgestellt, dass Fieber alleine jetzt nicht unbedingt auf Corona hindeutet. Ich persönlich kenne auch einige Leute, die Corona hatten und die hatten überhaupt kein Fieber. Also das wird sicherlich nicht unbedingt das alleinige Merkmal sein und wahrscheinlich nicht mal mehr ein großes, starkes Indiz für Corona. Ich weiß allerdings da auch nicht, wie der letzte wissenschaftliche Stand ist. Wenn der wissenschaftliche Stand sagt, das ist kein großes Indiz für Corona, kann man auch nicht flächendeckend diese Fiebermessungen im Unternehmen anordnen. Und jetzt kommen wir zum kritischen Punkt und zur Frage unseres Zuschauers. Er hat uns also das hier geschickt und unten sagt eben sein Arbeitgeber, die Impfung ist freiwillig. Ich sage dann aber trotzdem, wir können sie aber vom Dienst freistellen, wenn sie sich verweigern. In diesem Fall gibt es keine weitere Vergütung und auch keine Sozialversicherungsleistung. Das ist ja wie so ein Schuss mit der Pistole auf den Mitarbeiter. Entweder du lässt dich jetzt impfen oder, also da geht es hier nicht nur ums Testen, sondern ums Impfen. Oder du kannst hier de facto nicht mehr arbeiten. Also ein tatsächlich hartes Schreiben. Ich kann das schon nachvollziehen, dass man da sagt, was soll das? Darf der das überhaupt? Und ich habe das meine Spezialisten, meine Fachanwälte für Arbeitsrecht mal durchprüfen lassen, weil ich das aus dem Bauch raus auch nicht so einfach sagen konnte. Und die haben mir da eigentlich eine ganz schöne Ausarbeitung zu diesem Fall, den uns ein Zuschauer herangetragen hat, geschrieben. Also, zunächst einmal ist es so, dass es noch keinerlei Regelungen gibt zur Einführung einer Impfpflicht. Das habe ich hier schon häufig genug gesagt. Also es gibt keine absolute Impfpflicht in Deutschland. Im Moment sind Impfungen freiwillig. Stand so in dem Schreiben auch drin, sie sind freiwillig. Aber die große Frage ist ja, kommt da nicht eine Impfpflicht durch die Hintertür? Diese Pflicht ist überall diskutiert worden. Das Schreiben zeigt es ja, ihr kriegt keine Knete mehr. Ihr könnt nicht weiter beschäftigt werden, wenn ihr euch nicht impfen lasst. So, selbst für Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen übrigens gibt es keine Impfpflicht. Also ganz, ganz wichtig. Aber solche Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen haben natürlich höchsten Kontakt zu Risikopatienten, zu alten Menschen. Und wenn da jetzt jemand rein stolziert und rein spaziert, der Corona hat, und da wissen wir alle auch, die Tests sind nicht hundertprozentig, dann kann der schnell einen anstecken und auch töten. Also durch die Ansteckung dann entsprechend töten. Deswegen sagt hier der Arbeitgeber die Diakonie, hier müssen wir die höchsten Standards ansetzen und ihr müsst euch impfen lassen. Ansonsten können wir euch hier nicht weiter beschäftigen. Grundsätzlich ist es so, dass man natürlich, wenn die Gefahren so immens sind, als Arbeitgeber sogar sagen kann, naja, wer hier in diesem Bereich arbeitet und nicht geimpft ist, der ist für den Job nicht geeignet. Und sofern es, da komme ich gleich zu, sofern es nicht anderweitige Möglichkeiten gibt, die genauso gut sind. Sofern man sagen kann, hier das Tragen einer Schutzmaske ist nicht genauso gut geeignet. Also im äußersten Fall kann es eine sogenannte personenbedingte Kündigung geben, wenn eine Gefahr für die Gesundheit der Patienten in diesem Altenheim oder der Bewohner des Altenheims besteht und es keine anderen Möglichkeiten gibt, die Bewohner zu schützen. Das heißt, in diesem Falle, also ganz einfach gesagt, kann man den Arbeitnehmer nicht mehr gebrauchen für den Job, könnte man ihn kündigen. Davon sind wir aber hier noch weit entfernt, das sage ich an dieser Stelle schon. Was ähnliches gilt, wie der Fall hier, für unentgeltliche Freistellungen. Freistellungen zwischen Arbeitgeber, die sollen wie Kündigungen nur in Ausnahmefällen sein, sind aber erstmal das mildere Mittel. Also die schlimmste Form ist die personenbedingte Kündigung. Ich kann den Mitarbeiter, wenn er nicht geimpft ist, überhaupt nicht mehr beschäftigen. Die zweitschlimmste Form sind unentgeltliche Freistellungen. Da kann man also sagen, der Chef hat grundsätzlich ein Interesse an der Weiterbeschäftigung, aber in der jetzigen Situation kann er diesen Mitarbeiter, der nicht bereit ist, sich impfen zu lassen, nicht mehr gebrauchen. Also zweite Stufe, zweithärtestes Mittel, wenn man so will, aber milder als die personenbedingte Kündigung. Jetzt kann man sagen, naja, er ist im Pflegeberuf tätig, hier geht es um die Abwägung, Menschenleben werden gefährdet und diese unentgeltliche Freistellung ist nur auf Zeit, das heißt, das Arbeitsverhältnis wird nicht beendet. Und wenn genügend Menschen geimpft sind und die Gefahren vorbei sind, kann man sagen, er darf ja wieder arbeiten. Also kann man sagen, ja, ist schon ein relativ mildes Mittel. Aber auch hier kann man sagen, und hier war es ja noch so, man kann auch die Impfung ablehnen, wenn man ein Attest einreicht. Ich weiß es nicht, das mit dem Attest stand ganz unten auf dem Schreiben, was das mit dem Attest dann noch soll, ob man dann nicht freigestellt wird, denn es ist ja, ich kann, wenn die Impfung eh freiwillig ist, brauche ich auch keinen Attest beibringen. Also das mit dem Attest hier, was ganz unten im Schreiben stand, hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen, also ganz unten schrieben, die dann ja, sollte die Impfung aus medizinischen Gründen abgelehnt werden, erbitten wir einen Attest, der Impfarzt wird sie auch noch mal einmal vor der Impfung kurz aufklären. Also ich weiß nicht ganz genau, sie ist ja eh freiwillig, was dann das Attest noch soll. Vielleicht, dass man sagt, ja gut, der Mitarbeiter verweigert sich hier ja jetzt, nicht weil er nicht will, weil er einfach nur aggro sein will, sondern weil er wirklich medizinische Probleme hat. Aber das spielt jetzt erstmal hier keine größere Rolle. Also im Raum steht diese Freistellung, sie könnte möglicherweise als verhältnismäßig betrachtet werden, allerdings muss man auch da wieder schauen, kann ich diesen Mitarbeiter erstens nicht so einsetzen, dass er immer eine Maske trägt und damit genügend Schutz vorhanden ist, das wäre noch das mildere Mittel, müsste ein Gutachter sagen, und das nächste kann ich den Mitarbeiter nicht irgendwo anders einsetzen. Auch das ist alles noch vor einer Freistellung zu prüfen. Also so einfach, wie es hier die Diakonie schreibt, ist das mit der Freistellung wiederum nicht. Also das muss schon noch, sind noch ein paar Steps vorab. Das müsste also hier geprüft werden, gibt es nicht noch andere Einsatzmöglichkeiten und dann als Ultima Ratio und zum Glück aber noch vor einer Kündigung könnte eben diese unentgeltliche Freistellung sein. Aber ihr seht, da kommen schon die ersten Probleme und Schwierigkeiten und das werden auch Arbeitsrechtler, ich weiß, dass unsere Fachanwälte für Arbeitsrecht jetzt langsam auf Touren laufen, denn so etwas passiert jetzt immer häufiger, neben den ganzen Kündigungen, die wir hier betreuen. Also da gab es ja auch jetzt schon die ersten, ich befürchte, da wird noch eine größte Kündigung wieder anrollen, haben wir jetzt diese Impfpflicht durch die Hintertür, im Kleinen zumindest. Wer sich dagegen wehren will, der muss dann eben rechtlich dagegen vorgehen. Viel was anderes bleibt einem hier sicherlich nicht möglich. Natürlich, ich persönlich sehe ein, dass man in so einer Pflegeeinrichtung die Menschen optimal schützen will und dann auch den Pflegern sagt, lasst euch impfen. Ich kann aber auch verstehen, dass manche Angst haben vor der Impfung. Okay, letztlich haben wir eher die Problematik, es wollen sich viel mehr Leute impfen lassen, als wir Impfmittel haben. Also ziemlich verworrene Situation. Die, die geimpft werden sollen, sind aber die Pfleger, damit sie nicht die Menschen anstecken, die am höchsten gefährdet sind, die über 80 in den Pflegeheimen. Aber auch da kann man natürlich sagen, ja, sollen sich doch die über 80-Jährigen impfen lassen, da besteht ja auch keine Gefahr mehr. Die sind ja letztlich auch dran. Also, ihr seht, es ist kein einfaches juristisches Feld, auf das wir uns hier begeben. Kurz noch, was habt ihr für Auskunftspflichten gegenüber dem Arbeitgeber? Ihr habt natürlich auch keine Pflicht, dem Arbeitgeber zu sagen, dass ihr Corona habt. Ihr müsst euch dann nur krankschreiben lassen, ist klar. Der Arzt allerdings, der das mitbekommen hat, dass ihr Corona hattet, muss es dann dem Gesundheitsamt mitteilen. Und das Gesundheitsamt hat dann schon die Möglichkeit, eure Kollegen zu informieren. Aus kollegialen Gründen solltet ihr aber eure Kollegen vielleicht doch kurz anrufen und sagen, sorry, ich habe Corona, machen wahrscheinlich auch die meisten. Und dann können die eben sich entsprechend auch in Quarantäne begeben. Ja, also das sind die Möglichkeiten, die es hier gibt und die Pflichten, die ihr habt. Anhand zweier konkreter Beispiele. Einerseits Amazon und zweitens das Beispiel der Diakonie. Ein ganz konkretes Beispiel eines YouTube-Zuschauers. Fakt ist, wie lange diese Schutzmaßnahmen noch sein müssen, wissen wir alle nicht. Erstmal müssen vermutlich die Impfungen durchgehen. Das wird noch bis spät in den Sommer wahrscheinlich uns noch das ganze Jahr über beschäftigen, sodass wir vermutlich erst in 2022 erst wieder zu einem gesunden Maß an Normalität kommen werden. Abwägen muss man im Arbeitsverhältnis, im Spannungsverhältnis zwischen Fürsorgepflicht des Arbeitgebers und den Persönlichkeitsrechten des Arbeitnehmers. Ja, das war das Video für heute. Lasst gerne ein Abo da, falls euch das gefallen hat. Ich lasse hier nicht locker immer, wenn es wieder neue Fälle gibt oder gute Vorschläge aus der Community, greifen wir die auf. Ich lasse sie von meinen Spezialisten prüfen und werde sie euch hier in angemessener Weise präsentieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Abo da oder einen Daumen nach oben, falls ihr ohnehin schon liebgewonnene Abonnenten dieses YouTube-Kanals seid. Hier noch zwei Videos, die euch interessieren könnten. Danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Tschüss und bis dahin.